Herzlich Willkommen auf mein neues Video beziehungsweise auf meinem Kanal ja und wie ihr wisst dass ich kleines Problem in meinem Privatleben habe ich bin jetzt Single, wirklich Single erst mal. Kann sein das nur ein bisschen ändert. Mal gucken. Ich glaube es wird ja nicht besser mit ihr. Und gestern habe ich irgendwie eine Nachricht bekommen, dass ich richtig ausge... also ich habe mich richtig geschockt. Richtig geschockt in mein ganzes Leben, was sie mir geschrieben hat. Aber ich werde nicht sagen, weil bitte erstmal geheim. Ich weiß noch nicht ob ich wirklich bin. Ja. Nächste Woche startet mein Umzug in meine neue Wohnung. Auf der Übrigen da habe ich erstmal eine Raufwohnung genommen. Nächster werde ich bestimmt wieder umziehen. Wahrscheinlich. Mal gucken ob es was rausgekommen ist. Ja und ja. Ich sage jetzt mal Tschüss und Bye Bye und dann bis nächstes Mal. Ich glaube nächste Woche werde ich noch nächste Woche werde ich machen. Dann zeige ich euer... also dann sage ich für euch meine neue Wohnung. Also ich mache extra für euch eine Rumtour. Richtig Rumtour. Ja also jo. Ich sage jetzt Tschüss und Bye Bye und bis nächstes Mal. Tschüss.